... und geschlagen, 0 Punkte nur für die Nummer 1, Jotre es ist... Hinhau und Klappe, Albert. Albert hat alles drauf. Aber Albert ist auch schon gefahren heute. Das heißt, Martin Schulz gefällt seine weiße Weste auch nach dem dritten Lauf. Auf der Innenbahn die Nummer 12, Michel Hoffmann, neben ihm die Bünd, Lukas Jankowski aus Polen, dann Erik Riss, weißer Helmüberzug und auf der Außenbahn Mitglied der Olchinger Ligamannschaft, Aletin Grobauer mit gelbem Helmüberzug. Unterrichter Nummer 2, Renner Nummer 1, 10. Vielen Dank. Musik 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 Das ist ein großer Jakovsky. Und Rüst gewinnt. Jawohl. Klasse. Klasse bitte Juri machen. Und er freut sich, er freut mich ganz mächtig. Ja, ein Jakovsky zu reinkauf zu sagen.